So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicker, eine neue Folge Pokémon GO schon wieder. Denn jetzt 22 Uhr kam direkt wieder eine News für Oktober. Ihr wisst, Oktober, Halloween, Monat und so weiter. Mit schaurig schönes Ticket, das sagt ja schon alles, in Pokémon GO wartet ein Oktober voller Überraschungen auf euch. Natürlich, ich als Free-to-Play-Spieler, Neugeborener, beiß da in meinen eigenen Arsch und denke, das hätte ich mir gegönnt, aber jetzt ja halt nicht mehr. Aber das ist ja wieder was, was man verschicken kann, was man verschenken kann als Freunde. Also, falls ihr euch das Ticket holt und falls ihr sagt, ach komm, dem Ramses müssen wir das Ticket auch schenken, damit der wieder hier diese ganzen Forschungen machen muss und festhalten muss und verfilmen muss, dann tut euch keinen Zwang an. Was habt ihr denn aber davon? Eigentlich sollen wir ja in der Jente kein Geld mehr geben, aber nicht jedes Ticket ist schlecht. Manche Tickets sind ja auch richtig cool. Denkt an die Community-Day-Tickets, die feiere ich immer enorm. Freue mich immer, wenn mir jemand dieses Sea-Day-Ticket schenkt. Bei anderen Tickets sagt man sich, ist ein Rucksack drin für 6 Euro, brauchst du nicht. Das ist das schaurig schöne Ticket. Das ist nicht das Deutschland-Ticket oder das Quer-durchs-Land-Ticket. Das ist das schaurig schöne Ticket. So, was beinhaltet das? Wir lesen es mal kurz vor. Ab Oktober könnt ihr ein schaurig schönes Ticket erwerben, mit dem ihr den ganzen Monat lang an spektakulären, befristeten Forschungen teilnehmen könnt. Im Rahmen von schaurig schönes Ticket wird jeden Donnerstag im Oktober eine neue befristete Forschung freigeschaltet und ihr habt bis zum Ende des Monats Zeit, sie alle abzuschließen. Also nicht von Donnerstag bis Donnerstag, sondern wirklich, es kommt jeden Donnerstag eine neue hinzu. Und trotzdem habt ihr den ganzen Oktober Zeit, das abzuschließen. Heißt also, für die erste habt ihr den ganzen Monat und für die letzte habt ihr trotzdem dann ja nur gefühlt eine Woche. Aber lustig, dass es ja vier Wochen sind, also vier verschiedene befristete Forschungen und das alles für, wie ich hier unten lese, 5 US-Dollar. Das klingt schon mal nach einem riesen Ding mit viel Inhalt. Ein Monat lang ein Ticket für 5 Dollar. Klingt eigentlich nicht verkehrt, oder? So, befristete Forschung, ihr habt die Möglichkeit Premium-Items zu erhalten und Event-Pokémon zu begegnen, um euch auf Events im Spiel vorzubereiten. Auch wenn die befristete Forschung jede Woche mit einem bestimmten Event verbunden ist, könnt ihr die Aufgaben der Forschung jederzeit bis zum 31. erledigen. Ihr könnt ein schaurig schönes Ticket bis zum 29. Oktober erwerben. Wenn ihr es jedoch früher kauft, habt ihr mehr Möglichkeiten, alle zusätzlichen Podi zu nutzen. Das ganze Ding, also läuft vom 1. Oktober bis zum 31. Oktober. Für 5 US-Dollar könnt ihr euch das holen. Ihr könnt das wieder verschicken, auch an Freunde und könnt denen eine Freude machen. Was während dieser ganzen Zeit, den ganzen Monat läuft, wenn ihr das Ticket habt, ist 1,5 Mal mehr EP für den ersten Fang des Tages. Und 1,5 Mal mehr Staub für den ersten Fang des Tages. Das läuft also die kompletten 31 Tage lang, wenn ihr dieses Ticket habt. Mehr EP, mehr Staub, aber immer nur für den ersten Fang des Tages. Jetzt habt ihr hier diese 4 Teile. 4 Teile jeden Donnerstag, was dazukommt. Teil 1. Am 5. Oktober kommt dazu. Auf euch warten jede Menge Raid-Kämpfe. Schling King kehrt in Raid-Kämpfe der Stufe 5 zurück. Jetzt könnt ihr euch mit dieser befristeten Forschung auf den Kampf gegen die Ultrabestie vorbereiten. Schließt die Aufgaben ab, um den folgenden Belohnungen zu begegnen. Die folgenden Belohnungen zu erhalten. 3 Premium Kampfpässe und vieles mehr. 3 Premium Kampfpässe sind gefühlt ja 3 Euro oder in diesem Dreier-Bundle 2,50 Euro. Da wäre die Hälfte von dem Ticket ja schon wieder drin. Weil du kaufst für 5 Euro 3 Pässe. Und aber noch Begegnungen und hast noch 3 weitere Forschungen offen. Also da steht halt jetzt nur die Pässe, aber sind schon mal theoretisch 3 Euro. 2. Teil am 12. Oktober kommt dazu. Schnappt euch rechtzeitig zum Erntefestival neue Belohnungen. Schließt die Aufgaben ab, für die Belohnungen ein Moos-Modul, zusätzliche Begegnungen mit Irbis in Größe L und XL und vieles mehr. Moos-Modul, wer keins hat, ja, kannst du auf jeden Fall hier Vollie-Purba dran entwickeln und so Zeug. Oder halt mal eine chillige Session mit den Dudes machen, wenn du welche hast. Und ja, Irbis, Größe L, XL, wer gut für Showcases, wer Showcases nutzt. Also, finde ich jetzt die 3 Raid-Pässe erstmal interessanter. Aber das hat auch irgendwo einen Wert. Dritter Teil, der am 19. Oktober dazukommt, war das etwa ein Geist? Das ist Teil des Teil 1 Halloween-Events. Wenn ihr hier was abschließt, bekommt ihr 2 Brutmaschinen, zusätzliche Begegnungen mit Paragoni und vieles mehr. Wir haben also schon mal 3 Raid-Pässe, wir haben 2 Brutmaschinen, wir haben ein Moos-Modul, wir haben mehr Begegnungen mit besonderen Pokémon, die ja aus den Forschungen sowieso immer Mindest-EV haben. Reicht das schon für 5 Dollar aus? Wir wissen ja nicht, was bei vieles mehr drinsteckt. Und am 4., beim 4. Teil, am 26. Oktober, Teil 2 des Halloween-Events läuft da. Habt ihr mit diesem Ticket eben dann wieder eine befristete Forschung. Dann gibt es 3 silberne Sanana-Bären, 2 Super-Brutmaschinen, die sind auf jeden Fall cool, 2 Sonder-Bonbons, die sind auch cool, zusätzliche Begegnungen mit Traun, Fugil und Paragoni und vieles mehr. Ob das jetzt wirklich vieles mehr ist, oder vieles mehr einfach nur dann nichts ist, würden diese Infos euch jetzt schon ausreichen, zu sagen, ja, das 5 Euro Ticket lohnt sich, das würde ich mir auf jeden Fall holen. Ich bin mal gespannt, ich will niemanden zwingen, ich will niemanden was aufschwatzen, also wer Bock hat, könnte mir das schenken, denn ich selber darf es mir nicht kaufen, mein Account ist free to play, ich selber werde kein Geld da reinstecken. 3 Raid-Pässe, klingt auf jeden Fall cool, wenn mal ein cooles Pokémon in den Raids ist, wie zum Beispiel Schlinking, weil den finde ich eigentlich richtig cool, und als Shiny ist er ja weiß, und Hannes ist ja da, wenn Schlinking da ist, vielleicht kann man mit dem Hannes zusammen ein paar Schlinking-Raids machen, aber ohne Ticket und ohne Pässe ist es halt schwer, das schaffst du ja dann gar nicht. Nach Hannes kommt noch Schenaya, aber ich sage jetzt nichts dazu, das war es von meiner Seite aus, schreibt ihr mal rein, werdet ihr euch dieses schaurig schöne Ticket holen? Ja, nein, vielleicht, freut ihr euch auf den Oktober, Oktober ist ja gefühlt der Monat, wo die allerersten Events in Pokémon Go damals gestartet sind, weil das Ding ist ja hier im August angelaufen, richtig, Juli, August, Oktober waren, glaube ich, die allerersten Events damals 2016, das Halloween-Event müsste das erste Event gewesen sein, und das Wasser-Festival, das Event, wo das allererste Mal ein Shiny auch eingeführt wurde, nämlich Carbador. Ich kann mich noch erinnern, wie ich damals in Hibu durch den Stadtpark gelaufen bin, frühs um sechs, und du gemerkt hast, langsam wird es hell, du hast diese brutale Musik im Spiel gehabt, und überall saß ein Geist da rum, das ist ein Feeling, das hat man damals gehabt, jetzt, ja, es hat sich alles verändert, aber trotzdem, Halloween, Oktober ist auf jeden Fall immer eine richtig coole Zeit in Pokémon Go. So, die acht Minuten sind voll, das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.